Hat sie sich an die Spitze gesetzt und hat dann schlussendlich diese Limite um nur 5 Zehntelsekunden verpasst. Die Limite liegt bei 4.25.00 für Agnes Mektaj. Und es ist jetzt Lili Negeli, die an die Spitze geht. Und Lili Negeli, die wird versuchen, das Tempo so hoch zu halten, dass allenfalls Agnes Mektaj diese Zeit noch unterbieten kann. Es geht hier um Gold, Silber, Bronze. Sibyl Hering ist sicher eine Kandidatin. Laura Giudice auf Platz 2. Dann die ganz junge Athletin auf der Innenkante. Weisse Stress, blonde Haare. Das ist Fiona Foflue vom TV-Kam. Eine Athletin, die da auf jeden Fall in der Spitze mitlaufen kann. Aber es wird wahrscheinlich für die Medaillen nicht reichen. Jetzt ist es Laura Giudice, die an die Spitze geht. Ich hoffe, die Athletinnen haben sich da ein bisschen abgesprochen. Natürlich ist es ein Meisterschaftsrennen. Aber es wäre natürlich schön, wenn sich Agnes Mektaj hier noch für diese Europameisterschaft qualifizieren könnte. 500 Meter sind bald absolviert. Die Zwischenzeit wäre wirklich im Fahrplan. Bis jetzt stimmt der Fahrplan auf eine 4,25. Jocelyn Wind ist mit dabei. Jocelyn Wind ist schon qualifiziert über 1.500 Meter. Und Jocelyn Wind, das wissen wir, die hat eine sehr, sehr gute letzte Runde. Die kann allenfalls dort Agnes Mektaj noch unterstützen oder sie ziehen. Es ist eine spannende Geschichte hier beim Finale der Frauen über die 1.500 Meter. Und ganz viele junge Athletinnen sind da mit dabei. Das Tempo ist leider jetzt ein bisschen zusammengefallen. Giudice führt Negeri auf Platz 2. Dann ist es Jocelyn Wind im roten Dress auf der dritten Position. Dann das orange Dress von Fortuna. Das ist Sibylle Hering. Die kann auch ganz schnell laufen. Die hat über 3.000 Meter Hindernis und 5.000 Meter schon super Zeiten angeboten. Und die Durchgangszeit 2.23. Jetzt ist man zu langsam die erste Runde. Die hat gepasst, die zweite Runde nicht mehr. Also man tut gut daran, jetzt das Tempo noch einmal zu erhöhen. Lea Leib nach langer Verletzungspause ist sie ebenfalls hier mit dabei. Sie läuft an der Innenkante. Im Dress vom LC Regensdorf. Gleich vor ihr Megtai. Dann Hering, Wind, Negeri und Giudice. Und alle sind noch zusammen. Also das sieht nicht danach aus, dass die Zeit da unter 4.25 kommt. Das Tempo, das ist jetzt zusammengefallen. Wind und Negeri versuchen es jetzt noch einmal. Aber es sieht auch nicht so aus, als ob Megtai da noch Reserven hat. Doch jetzt hat sie die Lücke gesehen und sie versucht dort durchzustechen. Aber Jocelyn Wind, ich habe es gesagt, sie hat eine sehr, sehr starke letzte Runde. Und die packt sie hier aus. Jocelyn Wind mit einem fulminanten Antritt. Negeri auf Platz 2. Hering auf Platz 3. Und es ist dann Megtai, die auch der Verfolgung ist. Von Flüe an ihren Fersen, die längste im Feld und die kleinste im Feld, gleich zusammen unterwegs. Und kann Wind dieses Tempo durchhalten. Sie hat in dieser Saison gezeigt, wie stark sie laufen kann. Aber sie ist noch nicht weg. Und Lili Negeri und Jocelyn Wind, die trainieren ja auch zusammen in der Gruppe von Marco Rancan in Uster. Und Wind noch vorne. Aber Negeri mit der zweiten Luft. Kommt sie da noch einmal? Megtai, die ist weg. Das ist klar. Und ich denke, es ist die Athletin von Regensdorf auf Platz 4. 4, 21, 46 für Jocelyn Wind. Das ist ein wirklich unglaublicher Endspurt gewesen, die sie hier gezeigt hat. Und Jocelyn Wind wird Schweizer Meisterin 2021 mit einer starken zweiten Runde. Das ist eine persönliche Bestleistung für die Bielerin. Und das wird auch persönliche Bestleistung sein für die zweite, für Lili Negeri, die sich da verbessert hat. Die U20-Athletin wird ebenfalls in Tallinn an den Start gehen.